Servus liebe Trader, die Wachstumsaktien sind an den Märkten gerade wieder in die Favoritenrolle gerückt. Wir haben sinkende Zinsängste, die Verbraucherpreise im Juli lagen in den USA ja unter den Erwartungen und jetzt gibt es eben viele Wachstumsaktien, die sich schon wieder auf dem Weg zu neuen Hochs machen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr das Charting-Tool nutzen könnt, um hier spannende Kandidaten zu identifizieren und auch auf einen Blick feststellen zu können, ob es vielleicht hilfreiche Nachrichten zusätzlich noch gegeben hat, wie besser als erwartete Quartalszahlen zum Beispiel. Ich bin hier jetzt auf Traderfox.com, unserem klassischen Trading-Desk schon eingeloggt, habe das Standard-Abo zur Börsensoftware und kann mich hier oben links über das Traderfox-Logo jetzt auch zum erwähnten Charting-Tool verlinken lassen, das ebenfalls mit diesem Abo nutzbar ist. Und heute kombinieren wir das Tool mit dem Add-on zum Morningstar-Datenpaket, um zum Beispiel auch auf Aktien-Rankings zugreifen zu können. Und bei Aktien-Rankings haben wir vor allem auch die Möglichkeit, nach Aktien mit einem besonders guten Wachstums-Check zu suchen. Und alles, was ich hier nur machen muss, ich habe hier oben rechts immer eine Übersicht zu den verschiedenen Funktionen, die ich hier nutzen kann. Standardmäßig hier die Marktübersicht eingeblendet. Wenn ich hier jetzt auf diesen Pfeil klicke, dann komme ich zum Beispiel auch direkt zum Aktien-Screener, zum Signalscanner, Signalticker. Aber heute wie gesagt Aktien-Rankings, wo wir nicht nur selbst erstellte Templates hineinladen können, sondern zum Beispiel auch die vorgefertigten Scoring-Systeme wie den Wachstums-Check für Aktien einbinden können. So und zusätzlich haben wir hier jetzt noch die Möglichkeit, verschiedene Filter in dieser Tabelle, die sich dann gleich befüllen wird, einzublenden. Das macht deswegen Sinn, weil wir einerseits natürlich sehen wollen, wie hoch fällt denn überhaupt der Wachstums-Check bei der jeweiligen Aktie aus. Darum wähle ich das hier mal aus und dann haben wir gesagt, wir wollen Aktien mit einem geringen Abstand zum Hoch. Auch das können wir hier bei technischen Indikatoren zusätzlich anzeigen lassen. Dann müssen wir schon nur noch auf Scan klicken. Die Liste wird automatisch befüllt, das Universum wird gescannt und der große Vorteil besteht darin, ich kann jetzt mit einem Klick sofort nachsehen, wo ist denn der Abstand zum 52 Wochen hoch besonders gering. Seht ihr schon einfach einen Linksklick drauf, dann wird nach dieser Kategorie gefiltert. Ich habe dann eine Vertex Pharmaceuticals, die gerade jetzt auf ein neues Hoch ausbricht, nachdem es hier auch wieder überzeugende Quartalszahlen gegeben hat. Biotech-Werte auch immer noch ein starker Branchentrend. Wir haben aber zum Beispiel auch eine Aktie wie eine Advanced Drainage Systems, die jetzt gerade den Big Picture Breakout wieder gestartet hat. Wie es der Name schon sagt, ein führender Anbieter von Drainagesystemen, vor allem auch in den USA präsent. Hergestellt werden da zum Beispiel Rohrleitungen auch, Filterlösungen, Auffangbecken für Regenwasser. Und benötigt werden diese Lösungen einerseits, um Überschwemmungen zu verhindern, die ja auch zugenommen haben durch die extremen Wetterphänomene, die immer wieder zu beobachten sind. Gleichzeitig haben wir aber auch global betrachtet auch eine große Dürreperiode. Und Drainage Systems liefert dann die Möglichkeit, dieses Wasser zu filtern, aufzubereiten und dann zum Beispiel auch wieder zur Bewässerung auch in der Landwirtschaft einzusetzen. Profitieren dürfte man auch von Infrastrukturprojekten. Und ganz interessant, diese ganzen Rohrleitungen zum Beispiel, die angeboten werden, sind zum Beispiel auch aus Kunststoff, aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Und durch die Übernahme von Jet Polymer im letzten Jahr wurde man landesweit zum zweitgrößten Kunststoffrecycler. Auch das hilft, den Klimafußabdruck zu senken und die teuren Materialkosten besser zu kompensieren. Spannend zum Beispiel auch eine Shockwave Medical, gerade die Medizintechnikunternehmen. Das ist jetzt natürlich so ein Kandidat, der kurzfristig nicht mehr für neue Longmanöver geeignet ist, aber man wird mit diesem Screening sehr schnell auf diesen Breakout auch aufmerksam. Und weil ich es gerade angesprochen habe, man kann vor allem mit diesem Tool sehr gut auch verschiedene Nachrichten oder Quartalsergebnisse einblenden lassen, um auf neue Impulse aufmerksam zu werden. Und hier waren es zum Beispiel die Quartalsergebnisse. Wie kann ich mir das anzeigen lassen, wenn man es das erste Mal geöffnet hat, das Tool wird das hier noch nicht in dieser Form angezeigt. Einfach hier auf News und Events draufklicken, die Reiter hier auf Anstellen. Und da lassen sich einerseits mit dem Add-on zum dpa-afx-Profeed in Echtzeit natürlich die besten Analystenkommentare, Quartalsergebnisse etc. einblenden. Aber es sind auch kostenlose Quellen nutzbar, zum Beispiel über den Newscrawler und auch die Earning-Events werden hier eingeblendet. Orange mit einem Pfeil, ihr seht es hier, ich wähle es nochmal aus. Da sehen wir jetzt einen orangenen Pfeil mit einem E für Earnings, also Quartalsbericht und eine Ziffer 5 darüber. Und wenn ich auf diese Ziffer draufklicke, dann sehe ich sofort, welche Nachrichten gab es denn an diesem Tag. Was hat der Newscrawler hier zum Beispiel gefunden? Und da zeigt er mir zum Beispiel, dass die Quartalsergebnisse deutlich über den Erwartungen gelegen haben. 23 Millionen beim Umsatz übertroffen. Die Aktie startet den Turbo-Modus, haben wir auch in unseren Live-Trading-Sektionen rechtzeitig vorgestellt, nachdem da auch schon andere Medizintechnik-Unternehmen zuletzt Stärke gezeigt haben und stark akkumuliert wurden, wie zum Beispiel eine Transmatics Group. Spannende Story, die man auch hier identifizieren kann. Und das ist jetzt hier nur eine Möglichkeit, um hier den Wachstums-Check für Aktien zu nutzen. Dasselbe lässt sich auch mit Qualitäts- und Dividendenaktien zum Beispiel durchführen. Hier kann man einfach die verschiedenen Scoring-Systeme direkt hineinladen. Was benötigt ihr, um dieses Screening durchführen zu können? Wie schon angesprochen, das Charting-Tool an sich ist Teil der Börsensoftware. Auf home.traderfox.com findet ihr die Angebote dazu. Die Börsensoftware ist für 29 Euro im Monat erhältlich. Einfach hier auf Applikationen klicken, dann seht ihr sofort die verschiedenen Angebote. Da ist der Trading-Desk mit dabei, sowie auch das Charting-Tool nochmal angeführt. Ihr könnt euch da nochmal direkt informieren, was gibt es da noch für weitere Funktionen. Und wenn ihr Aktienrankings speziell einbinden wollt, das ist Teil des Morningstar Datenpakets. Nochmal für 19 Euro im Monat, das ja auch einen sehr großen Umfang zur detaillierten Aktienanalyse bietet und weitere verschiedene Screening-Tools für euch bereitstellt. Ich verlinke alles nochmal in der Videobeschreibung und wünsche euch dann viel Spaß beim Screenen und viel Erfolg mit euren Trades.